Vielleicht kennen Sie diese Situation. Kaum hat man etwas aufgeschrieben, schon kann man es sich merken. Ist es dann noch bunt markiert und mit Pfeilen versehen, geht es noch besser. Vielleicht sind Sie auch schon auf ganz neue Ideen, Gedanken oder gar Lösungen gekommen, wenn Sie etwas auf kreative Art aufgeschrieben haben. Dann sollten Sie sich auf jeden Fall einmal mit Mindmaps beschäftigen. Mindmaps können grundsätzlich mit ein paar bunten Stiften und einem Blatt Papier erstellt werden. Oft ist es aber von Vorteil, wenn man diese mit Hilfe eines Computers erstellt. Hierdurch ist es nämlich viel leichter möglich, Änderungen an einer Mindmap vorzunehmen. Aber mit welcher Software? Mindjet MindManager ist eine Software, welche sich bereits seit vielen Jahren in Abertausenden von Projekten bewährt hat. Mindmaps können mit dieser Software auf sehr einfache Art und Weise erstellt werden. Die vielen mitgelieferten Symbole sorgen dafür, dass die erstellten Grafiken noch leichter zu erfassen sind. Mit Mindjet MindManager können aber nicht nur einfache Mindmaps erstellt werden. Die so erfassten Daten können auch leicht an andere Programme wie beispielsweise Word oder PowerPoint übergeben werden. Mit Mindjet MindManager können komplexe Prozesse und Projekte ganz einfach visualisiert werden. Projekte können zum Beispiel auch in einer Ganzansicht angezeigt werden, um zu sehen, ob ein Projekt noch in der Zeit liegt. Ich heiße Marc-Oliver Thoma und bin seit vielen Jahren selbstständiger EDV- und Kommunikationstrainer. Als Trainer und Berater beschäftige ich mich täglich mit dem Einsatz der kreativen Applikationen von Adobe und den Betriebssystemen von Apple und Microsoft. Als Berater muss ich oft meine Ideen und Gedanken visualisieren, um sie besser vermitteln zu können. In diesem Videotraining werde ich Ihnen Schritt für Schritt einen Einstieg in Mindjet MindManager geben. Sie erfahren, wie man die Software bedient, wie man seine Ideen erfasst und diese in eine Mindmap überführt. Sehen Sie, wie einfach es ist, aus ein paar Stichworten eine attraktive Mindmap zu generieren. Sehen Sie, wie eine Mindmap als Grundlage für eine PowerPoint-Präsentation dient und Mindjet mit den anderen Office-Anwendungen interagiert. Bekommen Sie ein Gefühl dafür, dass Sie Mindjet MindManager als ein leicht zu bedienendes Projektmanagement-Tool verwenden können. Am Ende des Videotrainings werden auch Sie von Mindjet MindManager genauso begeistert sein wie ich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ihr Marc-Oliver Thoma